Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Türkei wählt Kommunalpolitiker tödlicher Streit im Südosten. Tödlicher Zwischenfall in Südost-Türkei vor Kommunalwahlen. Anita Farke ist im März 2024. In der Türkei, wo bald Kommunalpolitiker gewählt werden sollen, kam es kürzlich zu einem tödlichen Zwischenfall im Südosten des Landes. Dieses tragische Ereignis wirft einen dunklen Schatten auf die bevorstehenden Wahlen und unterstreicht die zunehmenden politischen Spannungen in der Region. Zwischenfall in der Provinz Diyarbakir In der Provinz Diyarbakir, die als Hochburg der kurdischen Opposition gilt, kam es zu einem tödlichen Streit zwischen verschiedenen politischen Gruppen. Nach vorläufigen Berichten fand die Auseinandersetzung zwischen Anhängern der regierenden Partei AKP und der prokurdischen Partei HDP statt. Dabei kam mindestens eine Person ums Leben, mehrere wurden verletzt. Die genauen Umstände des Zwischenfalls werden noch untersucht, doch es deuten viele Indizien auf eine politisch motivierte Gewalttat hin. Spannungen vor Kommunalwahlen Die traurige Nachricht kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da die Türkei kurz vor den Kommunalwahlen steht. Diese Wahl ist von politischen Spannungen und leidenschaftlichen Debatten geprägt, insbesondere in Regionen mit hoher kurdischer Bevölkerung wie Diyarbakir. Die bevorstehenden Wahlen sind von großer Bedeutung, da sie als ein Gradmesser für die Popularität der AKP bei lokalen Wählern gesehen werden. Zudem könnten die Wahlen den politischen Kurs für die nächsten Jahre bestimmen, da sie möglicherweise Veränderungen in der Machtbalance innerhalb der Kommunalpolitik nach sich ziehen. Offizielle Reaktionen Die offiziellen Reaktionen auf den tödlichen Zwischenfall sind bislang verhalten. Die AKP hat umgehend jegliche Verantwortung abgestritten und behauptet, dass ihre Anhänger lediglich auf eine Provokation reagiert hätten. Die HDP verurteilte den Angriff und rief zur Besonnenheit auf. Beide Seiten erklärten jedoch, dass der Vorfall ihre Entschlossenheit stärke, auf demokratischem Wege für ihre Ziele einzutreten. Es bleibt abzuwarten, wie dieser tragische Zwischenfall die türkische Politik und die bevorstehenden Kommunalwahlen beeinflussen wird. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.